Wir sind fünf Wochen lang mit lauter Künstlern unterwegs. Sie sind jetzt die ganze Zeit zugezogen hier in der Schweiz. Ja, man muss es eben anders sagen. Wir haben im Fall 84% Ausländer im Programm. Ja! Wollt ihr die, wollt ihr die, wollt ihr die totale Unterhaltung? Jaaa! J-Law, Smash & Bash & Flash! J-Law, Smash 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 & Flash! «Gonna hurt your mind, don't shit to kill, come on.» Sprachen sind nicht so schwierig. Sprachen sind vor allem auch gar nicht so wichtig. Gerade in diesem Programm sind Sprachen. Man kommt auch gut durch und ohne Sprachen. Du könntest z.B. finnisch. Wahrscheinlich. Ich kann sicher nicht finnisch. Helsinki. Du weisst ja, was Helsinki heisst. Nein, das ist eine Stadt. Nein, nicht nur. Helsinki ist finnisch und heisst Sonnenuntergang. Helsinki. «Ja, ich bin nicht. Ich kann nicht mehr. Ich bin nicht mehr.» «Ich bin nicht mehr.» «Ich bin nicht mehr.» «Hör mal.» «Ja, jetzt! Jetzt! Hör mal.» «Was ist jetzt?» Ich habe keine Ahnung, ich kann nur... Ich habe nichts gemacht. Musik Ich habe gesagt, dass es falsch ist. Ja, natürlich, aber das ist auch schwierig. Ehrlich, ich finde es... Sag mal, was ist... Nein! Ich meine... Oh, oh, boo! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh... Vielen Dank.